Hallo liebe Gäste, guten Tag, wieder ein neuer Mittagstisch, ein neuer Highlight. Heute haben wir Schweinefilet auf eine Championrahmsoße mit Kartoffelkroketten, Blumenkohl und Petersilie. Dazu gibt es dann ein Quark mit frischen Erdbeeren on top. Die Zutaten habt ihr heute Morgen ja schon in YouTube und Facebook Video gesehen, oder ich glaube nur auf YouTube war es. Dort könnt ihr den Schweinefilet, den frischen Blumenkohl, die frischen Erdbeeren sehen. Petersilie habe ich auch dazu frisch gehackt. Den kleinen Überblick, vergesst nicht den Daumen hoch zu machen und uns zu abonnieren. Wir wünschen guten Appetit, bis gleich, tschüss.